So, und da bin ich wieder zu dem nächsten Teil von Outlast. Ich glaube, ich hatte jetzt keine Batterien mehr. I have to get out. I can see his ghost. How do you know you're not patient? 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 How do you know you're patient? How do you know you're patient? How do you know you're patient? ich bin ich glaube es ist ich weiß es ehrlich gesagt wenn er vorbeiläufe nicht sieht jetzt werden wir es erleben ob er mich erwischt ich habe keine ahnung vorhin hat es bei mir ja auch einfach die aufnahme beendet haben auch viele meldungen vielleicht war wochenende ist so viele auf der plattform unterwegs findet er mich jetzt? findet er mich nicht? ich weiß es nicht da ist er ich habe ihn durch den Blitzedeln gesehen ich habe Angst jetzt kommt er er kommt bitte seh mich nicht bitte seh mich nicht bitte 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 lauf einfach weiter ich schleiche jetzt ganz äh 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 sag mal kann der mich mich nicht oder warum der Stehdel macht das? äh ich weiß auch nicht wo lang gerade also ich habe auch nur noch eine Batterie ich habe auch nur noch eine Batterie die packen, du verrätst mich jetzt das ist wieder so eine Kiste, wo ich schreien kann, verstand ja auf, reinheben Batterien sparen Batterien sparen Schoffs klappt jetzt oh schade oh schade ja ich habe auch momentan die Kamera raus, vielleicht siehst du das wegen nichts ich spare Batterie ich weiß auch jetzt nicht wo ich fangen muss ja schade Schiff, Dero, und Schiff, Schöne. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018